Ja genau, richtig. Nachdem Harry Potter Hedwig umgebracht hatte, beschloss er sich mit seinen Soldatenkollegen in den Krieg zu ziehen, um die Operation, keine Ahnung wie man dieses Wort ausspricht, ich denke mal Gal, Galotain, Galotain, Gal, 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 Geotain, keine Ahnung, um diese Operation, ja, erfolgreich zu operieren. Und damit dies erfolgreich geschieht, bin ich da. Ja, ja. Bloß hier helfen keine Zauberstäbe, denn hier helfen nur Waffen. Starke, schnelle, explosive Waffen. Und sofern dieser Ladevorgang auch irgendwann mal zu Ende wird, wo zu Ende geht, dann, ja, dann können wir spielen. Aber bis dahin müssen wir leider noch ein paar Folgen warten. Manche Bugs sind mir schon aufgefallen in der Singleplayer-Kampagne von Battlefield 3. Bei Multiplayer sind mir bisher nicht keine Bugs aufgefallen. Aha, was haben wir denn jetzt? Ach ja, stimmt, ich habe ja schon mal ein bisschen weiter vorgespielt. Na ja, ich denke, ich hoffe, dass es euch nicht allzu, allzu viel vorgespielt ist. Wenn doch, dann, ja, Pech gehabt. Ich habe da aber nicht zu viel verpasst. Wir haben eigentlich nur, wir sind eigentlich nur in der Stadt eingedrungen, haben ein paar Mörser aufgestellt und, ja, haben wahrscheinlich an die 200 Daten getötet, aber das ist unwichtig. Jetzt geht's raus, jetzt geht's raus. Jetzt geht's raus, jetzt geht's raus, jetzt geht's raus. Wie viele kommen da noch? Panzer! Das ist ein schein Panzer! Los, weg hier! Schnell! Schnellreibe rein, da schon. Ah, super, das hat man jetzt davon. Zu viel McDonalds gegessen. Und, ja, das kommt raus. Ich bin okay. Alles bestens. Und bei dir? Auch alles okay? Okay? Verflucht, das war 93 und ich lebe noch. Mir geht's besser als okay, mir scheint die Sonne aus dem Arsch. Blackburn? Blackburn, bist du okay? Alles in Ordnung? Irgendwo muss es hier rausgehen. Los! Ich bleib hier drin, hier ist es sicher, ich will gar nicht raus. Achso, da geht's ja gar nicht raus. Ich glaube, das ist die Bank. Ab so'n Stuhl ist nicht schlecht. Nicht dann. Der Scheiß-TG-90 ist wieder da, wir müssen was tun! Scheiße! Wo ist der hin? Scheiße! Okay, los geht's. Loil, was denn fehlt? Das ist doch Wasser. Okay, los geht's. Achso, da gibt's T-G-90. Achso, da gibt's T-G-90. Ja! Der hat mich erstochen. Das ist, das ist, das ist. Der hat betrogen. Der hat mich mit nem Messer getötet. Der hat mich mit nem Messer getötet. Jetzt verspüre ich Rache. Jetzt werde ich die alle mit nem Messer töten. Messer. Messer. Ich glaube, das ist die Bank. Keine Kammer. Ich nehm's an. Ich will ein Messer. Der Scheiß-TG-90 ist wieder da, wir müssen was tun! Scheiße! Wo ist der hin? Burn, Motherfucker! Alle Eingreifen! Unserer Position nähert sich feindliche Panzer. Brauchen Hilfe und Aufwand. Sehr toll! Weitere Panzer im Anmarsch! Okay, da kommen sie! Von links in der Bank! Schalt ihn aus! Infanträne er sich uns! Ich bin gebrochen! Ich schieße! Nooil! Scheiße! Das Javelin-Team ist getroffen! Sicher das Javelin! Ich schieße dich ab! Ich schieße! Boah, was geht jetzt ab hier? privist ederim. Los! Los! Ich schief nicht ab! Ich schief nicht auf die Rebene. Verständnis! Zitateäche Pfalzere arbeiten in die Nähe deinem Trick! Mit rechts! Panzer lehnen sich von rechts! Panzer, voraus! Angriff! Wir sind beschlossen! Feindlichen Panzer zerstört! Gehen wir! Sehr schön! Wir besichtigen also ein brennendes, instabiles Fanggebäude! Probe von hinten reinzuschauen! Over! Verstanden! Der hat mich erwischt! Ich bin getroffen! Ah, fuck! Ich bin getroffen! Ha, okay! Das ist scheiße! Komm schon! Da hoch! Los! Los, vorbeer! Ich weiß doch nicht! Ich will hoch! Ich schließe! Ich schließe! Wir sind aber an Fieger! Ich schließe! Einfach ab! Sicher! Dank mir! Was soll ich machen? Ja, was soll ich jetzt machen? So. Aha, ist das ein Sportparcours oder was? Deswegen wähle ich immer die Vortereingänge. Äh, ich bin nicht so gut im Sport. Ja... Bin drin! Ich hab ihn! Jetzt! Oh! Oh! Ich hab ihn! Jetzt! Ja, deswegen sag ich nie hintereingänge. Nie hintereingänge. Aber nein, wir müssen ja den hintereingang nehmen. Ja, was ist denn jetzt los? Der muss doch nicht extra wegen des... Wegen diesen... Nein! Wir hoch! Das hat mich fast verstopfen. Das erinnert mich an Final Destination 2. Für die Insider unter meinen Fans, die wissen, was ich meine. Ja, jetzt lauf mal schneller hier. Bin drin! Ich hab ihn! Ich hab ihn! Ich hab ihn! ja... Ich hab ihn! Ich hab ihn! Sicher! noch einer? Besser! Du bist dran! Jetzt hilft mein Messer aber auch nichts mehr. Ich komm nicht raus, ich häng ja fest. Ich komm nicht raus, ich komm nicht raus. Okay, jetzt ganz lauig, ganz lauig. Wir haben Kontakt. Gutes Timing. Weiter so. Gentlemen, wir suchen nach Hinweisen auf Al-Washir. Findet sie. Grabt alles um. Ihr da, übernehmt den Keller. Wir durchsuchen den übrigen Teil. Verstanden. Blackburn, komm schon. Das ist so ein bisschen doof in dieser Dings. Mein Geld, Gollum, Gollum. Wir können uns abseilen. Okay. Dann geht's gut. Ist ja nicht so tief. 20 Meter runter. Langsam und leise. Lass das Seil vorsichtig runter. Mission Impossible, was? Blackburn, gut gemacht. Was? Ich hab doch gar nichts gemacht. Bestimmt passiert jetzt was. Haltet Spannung auf dem Seil. Ja. Ich hör doch irgendwas. Ich hör doch irgendwas. Es wird so schlimm sein. Blackburn, halten die Blendgranate bereit. Genau das passiert eben, wenn man durchdreht und wenn man vergessen hat, Baltrian-Tropfen zu nehmen. Aber hoffentlich muss ich mich nicht nochmal abseihen. Gut. Geht. Geht. Geht's! Geht's! Auf, steig's! Geht's! 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 Gollum, das ist der Ring, der alles verändert! Dort drin! Glaubst du Alperche ist da drin? Keine Ahnung! Da ist Orange hier drin! Orange! Start! Mach auf! Jetzt mal auf! Na ja... Volle Deckung! Wow! Gesichert, gesichert! Gesichert, gesichert! Was zum Teufel ist das? Alles umversonst. Riechst du das? Rauch. Kodit. Wir müssen die Tür aufkriegen. Kein Problem, ich bin Hulk. Scheiße, ist die Schwäge. Ich geh rein. Gesichert. Heilige Scheiße. Das ist eine Goldmine. Das ist ein Operationsraum. Anscheinend wollten sie zerstören. Nein, guck doch. Alles noch da. Packt alles ein und nehmt's mit. Oh Scheiße, hier gibt's Karten von Paris, New York. Und auf einem Zufahrplan steht. Sechs Uhr zwei. Heilige Scheiße. Kommen wir rüber. Atombombe und was ist da drin? Das ist radioaktiv. Findest du die Idee gut? Wir haben keine Wahl. Oh Scheiße. Weißt du, was das ist? Nuklear. Ha, ich hab's gewusst. Bomben, russische. Äh, immer die Bomben. Da ist noch eine. Da ist noch Platz für zwei. Wo zum Teufel sind die anderen beiden? Hey, das müsst ihr euch ansehen. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Scheiße. Das ist Al-Bashir. Wer ist der andere? Keine Ahnung. Sie kommen runter. Wir müssen die Bombe sichern und uns verpissen. Was ist mit den Infos? Nein, keine Zeit. Schnappen wir uns die Bombe und dann weg. Das ganze Gebäude stürzt gleich ein. Hier, Misfit 1-3. Hier, Führung Misfit. Ich höre. Misfit. Wir haben scheinbar eine Massenvernichtungswaffe gesichert. Break. Es könnte noch mehr geben. Misfit 1-3. Kontakt bricht ab. Hast du Massenvernichtungswaffe gesagt? Bitte wiederholen. Kein gutes Zeichen. Was ist los? Was ist los? Abgestürzt. Nee, also. Also Mission Genossen. Ja, jetzt geht's schon weiter. Naja, liebe Leute. An diesem Punkt mein Schnitt. Ihr und ihr müsst euch leider gedulden. Bis zur nächsten Folge. Euer Hexenking. Euer Hexenking. Hohohoho.